Moin Moin und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich nehme euch heute mal mit Schnorcheln in einem Vereinsgewässer. Ich bin gespannt was ihr alles so sehen. Erstmal zieh ich mich jetzt um und dann schauen wir mal. Auf geht's. Die Leute schauen so komisch. Irgendwas kriegen wir schon vor die Linse heute. Na da geht was. Da geht was hat er gesagt. Nichts gelernt. So wir sind da. Jetzt gucken wir gleich erstmal. Wie das Wasser. Oh Gott ey. Scheiße. Na gut. Muss nichts heißen. Zu Gesicht bekommen können wir. Karpfen, Schleie, Aal, Hecht, Zander, angeblich Wels. Barsch. Schauen wir mal. Ich bin grad so semi überzeugt. Gucken wir mal. Frederiker. Schleie, Aal, Hecht. Tobi und dabei, Zander, Du bist du im Mund. Du bist du im Mund. Du bist du im Mund. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020